hallo und herzlich willkommen zu einem neuen techstrip video und hier geht es jetzt um das glasfaser ihr seid bei der telekom ihr seid bei o2 ihr seid bei vodafone mnet greenfiber wo auch immer herzlichen glückwunsch ihr hattet glück ihr habt einen provider der nicht am oberen ende der preisskala hantiert im gegensatz zu uns eon kunden eon highspeed die teilweise je nachdem wie alt euer vertrag ist noch 120 euro für ein gigabit zahlen 120 euro unvorstellbar kein kein wunder dass letztes jahr ich glaube es war letztes jahr setzt ja die preise auf 92 euro pro 1000 mbit dann gesenkt wurden was aber immer noch weit über anderen providern liegt die da teilweise bei 50 euro liegen 60 euro liegen für ein gigabit aber für uns für uns geplagten für uns leid geplagten gibt es nämlich endlich erlösung und es hat sich gar nicht so sehr rumgesprochen allerdings ist die ersparnis riesig und ich rede davon dass eon highspeed beziehungsweise die west connect die dahinter steht einen vertrag geschlossen hat was bedeutet das also ihr kennt das vielleicht vom alten dsl anschluss ihr konntet einfach irgendeinen provider wählen der lokal war meist einen der großen auto vodafone oder telekom ich habe mal gehört die sollen groß sein ja gut oder die und könnt ihr wählen oder auch viel kleinere das liegt daran dass es ein gesetz dazu gibt dass es ja quasi dazu dass die anbieter dazu zwingt das netz freizugeben für andere freiwillig jetzt ist der glasfaser am bau anders geregelt glasfaser ausbau und zwar gibt es da noch keine konkreten gesetze so in dem sinne und trotzdem werben die anbieter ihr kennt es vielleicht selbst mit open access das bedeutet dass andere anbieter darüber auch ihr internet anbieten dürfen damit wir beworben bucht unser glasfaser und ihr könnt nach zwei jahren einfach kündigen und irgendeinen anderen provider nehmen das ist egal was sie euch aber nicht erzählen ist dass open access ganz anders geregelt ist bedeutet für open access und glasfaser es gibt keine richtige bestimmung das heißt die die provider sind nicht dazu gezwungen ihr netz zu öffnen und für alle wie bei dsl bedeutet es müssen zwischen jedem einzelnen provider im extrem fall auch wirklich jeden einzelnen ort verträge abgeschlossen werden das heißt wenn ihr zwei jahre denkt ich zahl diesen misspreis für zwei jahre diesen teuren preis weil sind ja auch die ganzen baukosten mit drin und was weiß ich und danach gehe ich einfach zu einem ganz billigen provider und dann merkt ihr bei der suche also irgendwie die verfügbarkeit der verfügbarkeit check zeigt nie irgendwie eine positive nachricht an das liegt daran dass zwischen den providern meist einfach kein vertrag besteht und ganz leid geplagt sind halt wir eon kunden weil wir halt extrem teure preise zahlen für gar nicht mal so sagen wir mal high end technik heutzutage es wird einfach standard glasfaser technik verlegt wie sie selbst die telekom verlegt sagen wir mal so ihr denkt es standard es gibt viel modernere technik die auf viel höhere bandbreiten mittlerweile ausgelegt ist die einzelne kleine lokale unternehmen wie zb green fiber auch schon verlegen dafür grundsätzlich zehn gigabit verlegt und man bekommt diese zehn gigabit auch im ersten jahr gratis das heißt jeder kunde bekommt im ersten jahr zehn gigabit geschaltet ob es gebrauchen kann oder nicht ist egal ist erstmal gratis und lockt angebot fast alle anderen provider bieten allerdings nur ein gigabit an und das als ihr premium produkt und das auch nur weil die technik dahinter fast ein gigabit nur oder fast nur erlaubt ein gigabit zu machen vielleicht 2,5 aber es gibt keine tarife für sowas die meisten provider machen halt schlusspunkt ein gigabit das heißt falls irgendwann mal in zukunft sich das ändern soll dann muss euer provider neue hardware in diesen schaltkästen verbauen wodurch die ganze technik verleihe das glasfaser kann lieben bleiben es geht nur um die technik in den kästen und ja gut die bezeichnen ein gigabit als prämium bis in deutschland bedeutet ein gigabit das ist ich lebe im jahr 2096 so wird das angepriesen weil viele sogar noch selbst wenige kilometer von hier gibt es noch ortschaften die mit dsl light das muss ich mal vorstellen dass 300 64 kilobyte geht ja gar nicht mehr heutzutage reicht nicht mal mehr für den stream jetzt ist allerdings eon da und sagt wir sind ein riesiger energiekonzern ihr wollt bei uns premium zahlen damit ihr euch gut fühlt mit unserem internet zahlt viel fühlt euch gut beim surfen ein gigabit aktuell 92 euro creme de la creme und man duldet das wenn man es nicht braucht gut da hat man natürlich kleinere tarife gebucht kommt 250 es gibt 100.000 250 500 und dann halt die normalen ein gigabit aber die preise sind wenn man vergleicht mit anderen provider jenseits von gut und böse andere provider 60 euro ein gigabit warum wir nicht warum funktioniert das nicht weil er natürlich schön däumchen dreht und weiß wenn keine verträge geschlossen werden sind sie ja gezwungen zu uns zu gehen oder ihr geht halt zurück zu einem alten dsl welches im extremfall sehr sehr klein ist im glücksfall habt ihr vdsl und 250 mbit leitung aber dieses glück hat man auf dem lande halt eher nicht und daher nimmt eon richtig schlägt zu mindestens die zwei jahre und jetzt jetzt ist es endlich passiert der glücksgriff für uns eon geplagten hinter eon highspeed steht eigentlich west connect das ist früh hieß es west netz zumindest hier und die bauen das ganze netz für eon halt aus oder eon vermarktet ist sagen wir mal so eon vermarktet ist das netz für west connect und die haben gerade vor wenigen wochen eine pressemitteilung scheinbar stehen und leise was kriegt man als privatkunde gar nicht mit pressemitteilung veröffentlicht wonach halt sie einen vertrag geschlossen haben mit eins und eins eins und eins gut kennt man die einen hören gutes die anderen hören schlechtes allerdings gibt es gerade ein angebot nennt sich dauerhaft womit man ein gigabit für 49 euro bekommt ein gigabit download 200 mbit upload allerdings muss ich das noch zeigen ob das nicht diese alte standard klausel ist von der telekom weil die telekom mit ihrem glasfasernetz halt 200 mbit upload bot wo andere halt 500 bieten das werden wir noch sehen ich werde euch direkt berichten können denn mein vertrag läuft zufälliger weise im oktober aus und dann wird eins und eins geschaltet prüft das falls ihr eon highspeed habt geht auf 1 und 1.de und überprüft ob das verfügbar ist für euch wahrscheinlichkeit ist sehr hoch dass es verfügbar ist und seid überrascht wenn euer vertrag dann viel günstiger wird dadurch wie gesagt aktuell im extremfall 49 euro im monat meine umstellung sagen wir mal so es gab kleine komplikationen zwischen vertragslaufzeit des alten providers und neuen provider ich hatte nur sechs tage zeit mich zu entscheiden ich hatte früher schon mal selber gekündigt bei west connect weil ich gedacht ob noch vielleicht machen die mir ein günstiges angebot oder die preise sinken in der zeit ein sind sie nicht und der vertrag die ich noch habe 300 mbit den gibt sowieso nicht mehr es gibt noch 250 oder 500 und für den preis von 250 bekomme ich aktuell 300 mit 50 mbit upload ich brauche gar nicht so viel upload 50 mbit upload reicht mir ich habe lieber gerne mehr download als upload und ja dann einen tag später war schon nach dieser pressemitteilung habe ich es angegeben und es war positiv ich war überrascht also seit zwei jahren probiere ich überall meine daten anzugeben bei sämtlichen glasfizer anbieter und es war immer negativ war nicht verfügbar und ich habe eigentlich die hoffnung aufgegeben dann hat wie gesagt ein paar tage vor ende des vertrages lief das mit eins und eins in der vorauswahl auf der webseite wenn man sagt oh ist verfügbar dann kann man bestellen klicken und dann gibt man seine daten an dann gibt man auch an was der alte provider ist und hier ist wichtig womit mein problem war es gibt dort einen punkt zu aktuellen zeitpunkt wie gesagt kann sein dass sich das in zukunft ändert wahrscheinlich wird sich noch ändern aber zum aktuellen zeitpunkt eon eon energy eon energie ist nicht eon highspeed und ist auch nicht die west connect bedeutet wenn ihr das angebt so wie ich es gemacht habe dann bekommt ihr nach ein paar tagen halten anruf oder eine e mail mit der provider hat uns gesagt dass sie gar kein kundes dabei sind also können wir das auch nicht machen zum glück und das fand ich überraschend hat sich der einzelne service bei mir halt gemeldet und dann haben wir probiert das ausfindig zu machen weil die selber noch nicht wussten der vertrag ist wirklich man kann schon sagen nur stunden alt und war noch gar nicht im system verankert von einzelne 1 und es connect von daher kam es wie es kommen musste und die zeit wurde so knapp dass ich noch mal einen monat bei eon verlängern musste oder gezwungen wurde einen monat bei eon zu verlängern weil die vertragslaufzeit abgelaufen ist allerdings der schalttermin und diese probleme dazu geführt haben dass sie das ganze verzögert also wie gesagt wenn wenn ihr bestellen wollt und dort nicht in dem auswahlfeld eures alten providers das ist wirklich wichtig west connect steht oder bauen baut eigentlich ist das kommt das drauf an wo hier wie gesagt fest connect dann könnt ihr ein feld an den anderen provider und dann könnt ihr manuell eintippen warum auch immer es ist ganz wichtig was man eintippt und wie man es eintippt dann dort grundsätzlich müsst ihr exakt eure namen und adresse so angeben wie ihr es in der rechnung des alten providers habt b als provider unter anderes gibt ihr dann ein west connect nicht west connect gmbh oder sonst was wir hatten hier im ort haben das alle besprochen dass jeder wechselt weil jeder weg wollte und manche hatten west connect gmbh manche west connect manche eon highspeed angegeben und selbst die beim service wussten noch nicht so ganz das war eingetragen als west connect und aber auf der rechnung steht halt immer west connect gmbh was macht man das kann ja nicht so wichtig sein aber wie man gemerkt hat kam danach immer nachfragen weil es irgendwie grund der automatischen systeme probleme gibt zum aktuellen zeitpunkt wie gesagt gibt einfach nur west connect an kein west connect gmbh das kann ja sein dass es unser das ist das was wir hier herausgefunden haben west connect dann bekommt ihr halt irgendwann die nachricht mit zum die kündigen dann für euch natürlich was ganz praktisch ist weil natürlich seit diesem jahr letzten jahr die gesetzgebung so ist dass nach zwei jahren vertragslaufzeit sich mal verträge nur um einen monat verlängern dürfen monat zu monat das heißt wenn euer vertrag abgelaufen ist und der neue provider für euch kündigt automatisch 1 und 1 kündigt für euch wenn ihr das ganze formular ausfüllt und sowas was die beste der beste weg ist wirklich anstatt selbst zu kündigen dass ihr dann zum nächstmöglichen zeitpunkt wirklich maximum halten monat nach vertragsende dann diese umstellung habt und das gab halt heckmeck mit west connect gmbh war angegeben aber irgendwie läuft das nicht darüber sondern wie gesagt gibt west connect an und zahlt maximal 49 euro stellen wir vor zwei jahre alt verträge 120 euro zu 49 euro für dieselbe leistung gut es fallen so dinge weg wie ihr habt keine öffentliche ipv4 so wie ich das gesehen habe bietet das 1 und 1 nicht an wer es braucht die meisten werden es natürlich nicht brauchen aber es gibt halt leute die es brauchen die wissen auch wovon ich rede ja gut sie kennen es von west connect seit wenigen monaten gibt es auch die möglichkeit eine mobilfunk flat rate für 10 euro dazu zu buchen die option gibt es bei 1 und 1 auch normalerweise ist dann nur eine normale telefon flat rate auf festnitz drin und nicht auf mobilfunk das ist eine riesen ersparnis und ich kann diesen tipp nur weitergeben habt ihr eon ist in eurem gebiet eon ausgebaut probiert es bei 1 und 1 aus wie es anzeigt sagt es weiter denn ich finde persönlich dass diese ich nenne es wirklich abzocke im vergleich zu anderen glasfaser ausbauten und anbietern ist das abzocke ein kilometer weiter hier wird green fiber ausgebaut das hat man 60 euro für ein gigabit und die bieten auch noch zehn gigabit an 10 gut kann man meist zu hause nicht nutzen weil schon am router meist schluss ist mit ab einem gigabit aber nur so dass die technik dass man weiß die technik ist soweit bei denen die müssen nicht in den nächsten jahren weiter ausbauen die technik oder wechseln so wie andere sondern die bleiben können fest bleiben bei ihrem ein über ihrem konzept da werden die leute genug bandbreite haben das ist bei eon telekom und co natürlich nicht so der fall gut das war jetzt mein langes viertelstunde informationsvideo ich hoffe es hat euch geholfen falls ihr bei eon seid und dass ihr das weiter gibt gibt es weiter in die nachbarschaft ich glaube die sind ziemlich die freuen sich ziemlich geld zu sparen bei eon das soll es auch gewesen sein vielen dank fürs zuschauen lasst ein kommentar da lasst eure meinung zu eon highspeed da beachtet bei glasfaser ausbau generell ist das jetzt das ist jetzt nicht nur eon problem wenn glasfaser ausgebaut wird dann kann es sein dass es am anfang perfekt funktioniert aber dass ihr nach ein paar monaten wie ich plötzlich probleme habe das abbrüche kommen und so weiter dass der provider muss das ganze netz erst einpendeln weil es kommen immer neue leute dazu die immer neue bandbreiten brauchen da kann es mal sein dass dann irgendwann die technik am ende ist und das alles neue geschaltet werden muss es muss sich einpendeln die ersten zwei jahre wenn mal nicht alles 100 prozent durchgehend läuft seht es denen nach es ist ein ganz neu verlegtes netz und es muss halt eingestellt werden für eure gegend von daher wenn ihr noch andere anregungen kommentare zu eon habt oder euren glasfaser anbieter schreibt es in die kommentare lasst ein like da vielen dank fürs zuschauen und jetzt viel spaß beim sparen bei eins und eins nein dieses video ist nicht gesponsert von denen aber wenn man geld spart wenn man endlich weg kann von diesem anderen provider ja viel spaß bis zum nächsten video